was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an zuschauer und abonnenten wir spielen heute den landwirtschaftssimulator 2017 auf der hochbergmann reloaded zusammen mit dem mann heute überlegt über namenswechsel bei mir ja hatte ich tatsächlich echt jetzt ja um wie warum 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 fragst du mich warum ich schon mal meinen namen wechseln wollte ich wollte eigentlich witz machen ihren bescheiß namen geben aber ja ich weiß also hattest du nie vorgab sich zu wechseln doch und was die leute mal die kommentare schreiben kommen neue youtube name für meckmann und schreibt in die kommentare welche youtube name für mich passen würde allerdings ich wollte mein name damals wechseln in der pk 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 der pk 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 der pk ach so fines zehn versuch hatte nein also wir wissen nur drauf ist klar sagt ja bisschen bescheuert Ich nenne mich dann nicht auf YouTube. Der Ficker. Ja, der Ficker. Nein! Klar, Alter, das ist faul, ey. Was ist jetzt an, Soja? So, ja. Oh, da sind hier Wortschritte drin. Ey, 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 ey. Was? Wie bestellst du in England zwei Bier? Tobias. Ja, ich hab's verstanden. So was hat knapp 60.000 Abonnenten, ey. 50.000, bitte. Bleib mal realistisch. 50.000, Entschuldigung. Ey, was soll das heiß, du Penner? So was hat fast 50.000. Alter, musst du mich so erschrecken? Nee, musst du mich so erschrecken? Wie, was ist hier für ein Geschrei? Ich nehme auf, das ist kein Geschrei, das ist Unterhaltung. Ich habe nicht Ficker gesagt. Was tippst du eigentlich die ganze Zeit auf dem Handy rum? Du wolltest Mittagsschlaf machen mit der Kleinen. Entschuldigung klingelt mein Telefon, du schreibst ja irgendwelche Nachrichten in die Gruppe. Digimon. Hast du mich jetzt nicht Digimon genannt? Nein, hört ihr nur alle harte? Ich überlege, was ich mal noch trinken könnte. Also, ich habe nicht gesehen, dass das Ursache ist. Da kann ich nicht dringen, denke ich so. Wie ist das aus? Nein, es hat mir. Entschuldigung, dass ich ihn aufgemacht habe. Ich wusste, dass ich ihn zum Angriffen gekauft habe. Ich weiß nicht. Aber warum kommst du nicht her? Ja, ich weiß. Boah. Ey, ey. Ha. Aua. Hahaha. Hahaha. Die Folge hat gerade angefangen, Mann. Jetzt haben wir auch wieder so ein Fall. Ich bin gleich wieder auf den Mann. Sonntag gehen die alle... Tür zu! Sonntag gehen die alle fest, ey. So, siehst du jetzt mal mit an? Bin schon dabei, fahr schon die zweite Bahn, ey. Fährst du auf der anderen Seite, oder was? Ja. So. Und was soll das jetzt nochmal zurück zum Ursprung? Was soll das jetzt heißen? So was hat 60.000 Abonnenten. Äh, fast 50.000 Abonnenten. Das ist so ein Flachwitz, ey. Ja, hallo. Das müssen wir ändern. Ich habe übrigens... Oh, das stimmt. Das sagst du am Ort, ey. Muss man immer noch schauen, ey. Was denn, hast du wieder... ...10 Abonnenten gemacht? Ach, verdammt. Was sind nur wieder? Oh, lol. Alles gut. Was denn? Oh, 71 Abonnenten gemacht. Mensch. Wann? In den letzten Monat, oder was? Heute. Ach so, ich habe gedacht, in den letzten 28 Tagen. Da habe ich 300 noch was gemacht. Ja. So. Und jeder dieser einzelnen Personen ist sehr wichtig. Natürlich. Ich weiß. Habe ich dir ja mal erzählt, wollte ich dir nie glauben. Rassenspücher. Sie haben gesagt, boah, was interessieren die Milch und so. Ist mir doch egal. Ja, ist klar. Ey, unfassbar. Das 195 PS hat er hier anliegen. Das gibt es doch gar nicht, ey. Das zieht ja nicht mehr was vom Brot. Ihr wisst doch ja nicht. So. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier noch so einen Schluck Cola anbinden. Oh, Mann. Ich bereue den GTA-Hype, ey. Der damals war, wo das Spiel rauskam. Warum? Du bist gemutet. Warum? Ja, dann hätte ich... Ich habe ja bei YouTube noch GTA-Videos gegoogelt und so habe ich dich Poher gefunden, ey. Echt? Ja. Mit einem Video mit Randy. Halt, 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 halt. Ey, weil es geht ab, bitch. Und dann klatschen wir nach vorne, Alter. Ja, das war's für die erste Mal, das erste Mal diese neue Game-Mechanik da und alles. Und das war einfach episch, ey. Bis ausgeschrieben hast du halt eine gedonnert und dann war's gut. Das machen wir natürlich nicht, ne, aber wenn man schon, äh, wenn man's ja, ähm, im Relief natürlich nicht darf und das Ganze aber im Spiel macht das ja schon mal Laune, ne. Passiert ja nix, ja nix Schlimmes in dem Sinne. Äh, darf er natürlich in echt nicht machen, ohne Frage, also da gibt's auch die Finger, ja, wenn er Frauen schlägt. Das ist mein, ein Schwächling, Leute. Und sind wir Schwächlinge? Hä? Wir? Wir nicht. Die Krieger aus Sparta, sind wir Schwächlinge? Ja, aus Sparta. Wir kämpfen nur gegen gleichwürdige Gegner. Mindig, obwohl, gibt's ja nicht, müssen wir gegen uns selber kämpfen. Aber, äh, wir kämpfen nur gegen, naja, so halbwegs Männer, eben. Andere Krieger, wie das Sparta. Ahu! So. Ich wär ein guter Spartiat gewesen früher. Ja. Hätt's in Form bei Körbepflichten helfen können. Wow. Oh, wow. Der hat wirklich gesagt, ich hätt den Frauen beim Körbepflichten helfen können. Ich, Junge, ich wär der, ich wär Leonidas gewesen, der dich, komischen Typen, mit tausend Ringen in der Fresse in den Brunnen gelatscht hätte. Doch. Und hätt' geschrien dabei, Nein, das ist mein Döner! Oder so ähnlich. So. Weil der Dicke schon wieder alles angefressen hätte hier. Der Dicke vom Naperdorf. Was ist das Lammfleisch? Es ist übelst gerne auf Döner. Lammfleisch. Lammfleisch. Hühnchen, kannst du ja draussuchen. Okay. Ja, und ich esse aber immer Lamm. Lamm finde ich super. Schmeckt sehr lecker. Für mich ist Dühnchen und Fisch kein Fleisch. Bei mir fängt Fleisch erst ab Rind an. Rind, Schreien, Känguru. Das ist Fleisch. Also Fisch in die Fleischkategorie zu stecken? Ja, macht man nicht, ne? Ja, aber Fisch ist doch kein Fleisch. Was sagt denn sowas? Ja. Oder? Wenn ich sage, können wir nicht Fleisch essen, wir brauchen doch Frisch Frisch ist Fleisch. Echt? Ja. Ja, gut, schwierig, keine Ahnung. Unzählige Diskussionen schon darüber gehabt. Ich esse aber Fisch sehr gerne. So eine richtig geile geräuscherte Bachforelle oder so. Oder Lachs. Meeresfrüchten allgemein, esse ich sehr gerne. Oder hier Kalamaris, die Tittenfischringe. Ja, in diesen Mantel da, ne? Karniermantel, ey. Ja, auf jeden Fall. Na, 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 na. Gehe ich fester. Da komme ich immer auf die Kirmes oder so. Oder, was ich auch sehr, sehr gerne esse am Fisch, ist... Tunfisch ab und zu, aber ist nicht mein Favourite. Warte mal. Was waren das jetzt? Jetzt habe ich vergessen. Scheiß, die Wandern, jetzt habe ich vergessen. Aal. Ach, Aal, da habe ich eine Hose, Junge. Werde eine Makrele, aber okay. Da ist ein Fischstäbchen in der Hose, Junge. Da muss so eine Kruste drum. Ich überlege gerade, warte mal, was machen das jetzt? Ich habe gesagt, Bachforelle, dann habe ich gesagt, Lachs esse ich übrigens gerne, Kalamaris. Und der Zander ist auch sehr geil. Was viele nicht wissen, ist, dass Zander einen YouTube-Kanal hat. Ja, den habe ich mal dick beleidigt, Alter. Was ist das, du? Ach, den? Naja, weil, du, so Zander ist auch übesgeist, so von Fischritzen und so. Und was viele nicht wussten, ist, dass Zander einen YouTube-Kanal hat. Ja, Forelle hat keinen. Nein, aber, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, der macht mal was, macht nix, macht mal was, macht nix, macht mal, ja, keine Ahnung. Ich habe den mal übelst beleidigt, aber volle Pulle, Alter. Warum? D.O.D. Ah, okay. Auf der Playstation gezockt und so, und der hat mich die ganze Zeit abgeknallt und ich sitze hier schon vor meinem... War der da wenden denn im Match, oder was? Ja, ja, und ich wusste aber nicht, wer das ist, ne? Ja. Und dann hat er gesagt, hat er irgendwas gesagt, da hieß ich auch schon für den Nahfreezy, kommst du nicht gegen an, ne? Und da hab ich gesagt, halt's Maul, ha, okay, das A-Wort. Du Hündesohn, ja. Da war ich ja auch so volles C-O-D-Kiddy und so. Und da hat er gesagt, das war wohl nicht alles cool. Ich so, Alter, wie kann man sich wie ein Fisch nennen, du Spaß, die das voll beleidigt, weil ich so wütend war. Ja, lau. Ja, und dann irgendwie, nachher in der Lobby hat jemand dann gesagt, weißt du, woher wir da sind? Sag, jetzt geht's mir doch scheiße, ja, wer ist das ein YouTuber. Ich so, ja, komm, hier mal den. Ne? Ach, Mensch. Unglaublich, da wie sie. Aber schon ewig und drei Jahre her. War ich noch 17 oder so. Da kam noch Modern Warfare aus. Mit dem Schiff müsste, glaube ich, der zweite sein. Zweite Teil. Warfare 2. Hat der jetzt dann nochmal den Physik-Zorn gespürt. Habe ich dann auch angeschrieben, hätte ich mir leid, sollte ich mich mal pushen. Habe ich auch noch kein YouTube-Kommal, habe ich gesagt, sich abwarten. Seid ihr schon fertig? Und schlafen? Kannst du das mal mitnehmen? Hier bitte mal. Du bist nicht, Gene, tu es nicht. Gut, dass ich dich hören kann. Nicht. So. Vielleicht haben wir telepathische Kräfte und können uns über diese Distanz telepathisch unterhalten. So. Beispiel jetzt unterhalten uns telepathisch, dass sie dir eine klatschen soll. Kommt gleich nochmal rein. Echt? Ja. Okay. Mit ihrem Möpsen. Ah, nee. So, du hast vergessen, mir was zu schicken. Hier habe ich noch gar nicht vergessen. Alter. Ist noch nicht fertig. Warte noch ein bisschen. Nein, das meine ich nicht. Was denn? Wo deine Frau ins Bild gelaufen ist. Wo du aufgenommen hast. Da wolltest du mir das schicken. Video ist noch gar nicht online, Alter. Nee, deswegen ja. Komm, schick mir das. Und ich will deine Frau auch mal richtig sehen. Ich weiß gar nicht, was die Hinterbie gemacht hat. Auf jeden Fall war sie über so ein Stück am Bühlen und dann dreht sie sich zu mir und sieht, dass sie kämmert ist. Hey. So, kannst du mal oben noch zwei Bahnen ziehen? Dann würde ich nämlich jetzt wirklich, äh, würde ich jetzt mal kalten. Ja, ist okay. Ich muss den Kalkaufen gehen. Halt die Schnauze. Das Ding ist leer. Hä? Das Ding ist leer. Erzähl dich, du bist ja vorhin losgefahren. Nee, das Ding ist leer. Ja, komm. Ach, jetzt mal komme ich da drauf. Also ohne Lenkrad zu spielen ist schon echt, ähm, logisch. Jetzt. Ich habe noch ein paar Folgen mit Lenkrad gespielt, das ist jetzt nicht mehr. Ja. 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 Lenkrad und so habe ich nicht mitgenommen. Wie gewesen. Ja. Werter anmoderiert, ich oder du? Du. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wir sind auch am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall bei Meckmanus vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.